Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Wie ihr seht, ich habe ein neues Fahrzeug, aber ich habe es nicht selbst gebaut. Das wurde mir gebaut und zwar, gucken wir uns das gleich an, aber wer sich das dann auch mal holen will, das ist auch so ein Anfängerfahrzeug, das kriegt man sehr schnell eigentlich zusammen. Und das Einzige, was ich da jetzt noch gebraucht hatte, waren halt diese Reifen. Wir gucken mal kurz in die Galerie und zwar, oh Gott, wie hieß denn das Ding nochmal, wild? Wildframmed Raider war das, genau, das Ding, 2699 PS und ja, wenn ihr anfangt und das ist eigentlich ganz cool soweit. Kann man mit den ganzen Startgegenständen soweit dann sich zusammenbauen, wenn man ein paar Level gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit Level 5 oder so schon gehen würde, aber wie gesagt, das ist schon eine ganz coole Idee vom Fahrzeug her und man kann es halt auch noch modifizieren. Ganz einfach, die Waffen sind halt oben alle drauf. Ich habe jetzt, hier sind jetzt 4 MGs standardmäßig drauf, könnte man genauso gut 3 Schrotflinten draufsetzen. Hier vorne hat man was zum Rahmen. Ansonsten, das ist echt fix, das Teil, das schafft 100 kmh. Aber das hat nicht so eine hohe Beschleunigung, hohe Endgeschwindigkeit und ich muss mich echt an diese 6 Räder gewöhnen, weil das dreht sich super schnell, wenn man zur Seite lenkt. Gut. Das ist das eine. Und noch für den einen oder anderen nochmal gesagt, wer damit gerade anfängt mit dem Spiel, in Anführungszeichen die Warnung. Es ist halt Free-to-Play, wenn ihr kein Geld dafür ausgeben wollt. Das dauert natürlich alles so ein bisschen. Deswegen, ich kann dann nur jedem empfehlen, sich nicht hinzustellen und zu sagen, so ich will jetzt das und das sofort haben und dann, wie blöd zu spielen, da brennt man nämlich ganz schnell aus. Sondern, ich spiel das einfach, ja, mir macht das Spaß Autos zu zerschießen, ich sag's mal so und der Rest kommt von alleine mit der Zeit. Ich hab jetzt die Tage auch nicht so viel gespielt, einfach aus dem Grund, ich schlag mich momentan wieder mit Migräne rum. Ich mach so ein paar Raids am Tag und ja, das, ja, das muss dann erstmal reichen. Hatte auch schon den passenden Namen, Wildframmed Raider, ist natürlich super für Raids auch und wir machen gleich auch mal Raids damit. Okay, gut, das war's. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ihr braucht halt im Prinzip nur, was ein bisschen außergewöhnlich ist, diese Ground-Kabine hier. Aber, ja, wenn er halt ein bisschen spielt, hochlevelt, kommt man eigentlich relativ schnell dran. So, und wir machen jetzt ein Raid. Und aber nicht so ein Raid, so ein Raid, weil da brauche ich PS4000 für, sondern in zwei Minuten verschwunden, warum denn nicht? Gut, müsste man jetzt vielleicht noch wissen. Was davon, welches die einfachsten sind, aber gut, bei den einfachen Raids oder wie lang die gehen, hat bestimmt sich auch irgendwer mal schlau gemacht, was das angeht. Ja, aber ich mach das erstmal so nach Nase. Ich glaube, bei den Leichen ist es sowieso relativ uninteressant. Vielleicht bei normal oder dann schwer oder was es da alles noch gibt, wird das vielleicht interessanter, sich auf bestimmte Raids dann zu konzentrieren, die halt einfacher sind, wenn man noch nicht so ein gutes Fahrzeug hat. Ich habe heute schon zwei Raids gemacht, ansonsten, ja, dröpfelt das alles so vor sich hin. Und wie gesagt, wenn ihr selbst ein Fahrzeug gebaut habt, was jetzt nicht so eine Standardkarre ist, sondern selbst irgendwas Interessantes gebaut habt, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare, den Galerienamen schreiben dazu. Und ich gucke mir das mal an und vielleicht packe ich das dann einfach mal ins Video und benutze das dann mal in der Folge. Das wäre doch auch mal eine Idee. Gut, das Gute ist natürlich, dass diese MGs, obwohl ja gut oder schlecht ist halt immer die Frage, es ist halt ein Fahrzeug für Raids und diese MGs oben sind natürlich super. Dazu kann ich euch noch verraten, das wurde mir jetzt auch gesagt, dass sich generell Computergegner auf die Kabine, die schießen immer auf die Kabine. Und wenn man die Waffen hier in dem Fall dann höher setzt, schießen die halt nicht auf die Waffen und die bleiben dann heile, sondern halt auf die Kabine. Vorne ist das halt nicht so doll gepanzert, aber hinten eigentlich ganz gut. Ja, ja, das Wenden ist so ein bisschen, hm, ich muss mich echt noch an diese sechs Räder gewöhnen. Und natürlich, was ich auch so schon sagen kann, es gibt natürlich steuerbare Räder und es gibt, also Räder, nicht Raider und nicht steuerbare. Wenn ihr wirklich so ein Fahrzeug mit sechs Rädern bauen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, in der Mitte zwei nicht Lenkbare zu machen, weil dann das, so rein von dem, wie sich die steuern, würde ich drauf tippen, dass das, wenn man da sechs lenkbare Räder hätte, das ist, glaube ich, keine gute Idee, das mal so zu formulieren. So, wir müssen das mal wieder verteidigen. Dann machen wir das doch eben. Ja, das dauert so ein bisschen, bis der hier anfährt, aber hier ist schon recht fix unterwegs. Und ich dachte schon, 60 kmh wären schnell, aber nein. Man kann natürlich auch versuchen, dann mit den Dingern da vorne zu rammen. Aber, ja, je schneller man ist, desto mehr Rammschaden macht man, aber gut, da muss man halt auch treffen. Hallo? Jetzt fährt er in die andere Richtung, das ist ja auch super. So, wir müssen da erstmal Raketenwürfer kaputt schießen. Vielleicht das Ding. Also, selbst 4 MGs machen schon ganz gut Schaden. Und die Waffen kühlen sich auch recht schnell wieder ab. Das dauert auch eine ganze Zeit, bis die dann hochheizen. Aber das sieht man. Wenn ich dann aufhöre zu schießen, geht das relativ schnell wieder runter. Aber ich würde jetzt auch so darauf tippen, für PvP ist das jetzt nicht unbedingt sowas. Weil halt auch wegen den Waffen, die stechen halt schon sehr hervor. Und, ja, Bots schießen halt immer auf die Kabine. Spieler halt sehr oft auf die Waffen. Und hier, da sieht man halt sofort, wo die Waffen sind und alles. Von daher, gut, wenn man PvP macht, man kann halt auch ein bisschen sowas vorbauen, dass die ein bisschen versteckt sind, dann die Waffen. Aber ich glaube, ich werde jetzt, ich werde es jetzt mal gucken. Also, das, was ich mir da zusammengebaut hatte letztes Mal, habe ich jetzt mal mit Schrotflinten ausgestattet. Und mit dieser einen blauen, die ich mir da schon gebaut habe. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das würde ich vielleicht dann erst mal im PvP dann nehmen. Und das hier dann für Raids und andere PvE-Sachen. Gut, und sobald ich Bock drauf habe, gehe ich das nochmal mit dem Abenteuer an. Und mein Kopf das mitmacht. Der ist ja noch einer. Und vor allen Dingen mit dem Fahrzeug hier, auch mit dem Aufspießen da vorne, kann man sich eigentlich ganz gut schon mit dem Boss immer anlegen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich bin dann immer auf Tuchfüllung gegangen, habe den gerammt und den quasi behindert, dass der nicht irgendwo anders hingefahren ist. Das andere Tolle ist natürlich hier an den Waffen, dass die so hoch sind. Gut, die können dann alle zusammen in eine Richtung schießen. Aber das andere ist auch, wenn direkt irgendwer vor mir steht oder so, der kann nicht drüber über den Wehen wegschießen. Das ist natürlich auch super. Ja. So. Läuft doch soweit echt gut. Ja gut, jetzt mit Powerscore von 2700 sollte das jetzt auch... Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das bei den PvE-Missionen funktioniert. Auf jeden Fall... Ich meine, die Bots skalieren so ein bisschen. Wobei, die halten jetzt auch alle nicht so viel aus. Okay, dann nehmen wir den gleich mal auf die Hörner. Aber vorerst würde ich gerne ein paar Sachen kaputt schießen. Also bei den Bossen habe ich bisher immer so das Gefühl, mit MGs mache ich da gefühlt nicht so viel Schaden teilweise. Gut, dafür sind die im Prinzip ja auch nicht gemacht, aber hey. Wunderbar, geschafft. Kein Problem. Bleibt natürlich jetzt die Frage, wie lange ich denn jetzt bei den einfachen Missionen bleiben sollte. Oder kann ich das Fahrzeug dann auch für normale Missionen schon nehmen? Oh, der sieht ja auch ganz nett aus. Jeff. Ah, verwenden wir den mal. So, Level 2 bei den Nomads. Und genau, was ich ja noch gucken wollte hier eben. Das war dann das Ding hier. Dann habe ich hier das so zusammengebaut. Das einfach in die Mitte gesetzt, weil vorne konnte ich es nicht hinsetzen und halt so zwei normale Schrot finden. Und ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Dafür musste ich hinten den Wagenheber wegnehmen. Aber sonst hätte ich nicht genug Energie gehabt. Aber wir haben das erst mal, ich habe das erst mal so gemacht. So, und wir machen jetzt direkt hier, das steht ja auch daran, mit den Sternen. Ah, so kann man das ja auch sehen. Gut, dass mir das auch mal auffällt. Zwei Minuten verschwunden, der Krieg um Feuer. Ja, ist ja im Prinzip egal, was wir hier eigentlich nehmen. Das ist halt auch so eine Sache. Ja gut, wenn man das viel spielt mit den Ölfässern, ist das schon sinnvoll. Aber generell, wenn man sich das schon so überlegt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die normalen Raids brauchen dann schon, brauchen die 40 Benzin. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall geht das dann auch hoch. Aber gerade jetzt bei einfachen Raids mit 200 Benzin Limit, da müsste man schon 10 Raids am Tag machen. Ich weiß nicht. Bisher, ja, und dann halt Mission spielen oder PvP machen, um dann das Benzin zu bekommen und dann auch damit überleben. Und tralala, man bekommt jetzt mal 5 Benzin. Also, da muss man echt schon eine Menge spielen. Damit man wirklich durch sowas dann noch Benzin bekommt für eine neue Mission. Vor allen Dingen dann auch, wenn die mittleren Raids dann, oder die normalen Raids, mehr Benzin brauchen. Für mich ist das derzeit alles noch nicht so interessant, weil, ja, wie gesagt, da muss man halt echt schon ein bisschen das Spiel spielen. Ein bisschen ist gut. Und ich habe so schon derzeit Probleme, überhaupt mein Benzin da wegzubekommen. Deswegen, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier ein Benzinfass mit drin ist. So genau habe ich mir das von unten noch nicht angesehen. Also, wenn es mit drin ist, dann wahrscheinlich unten drunter. Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil das ist so gesehen, wenn man halt irgendwas hat, was explodieren kann, am besten irgendwie mittig unten drunter verbauen. Weil da kommen halt Gegner generell am schlechtesten dran. Es sei denn, man kippt um. Ich weiß nicht, man kippt um. Erstmal hier die ganzen Geschütze ausschalten. Und ich werde es, glaube ich, erstmal so machen, dass ich so ein Video am Tag mache. Derzeit geht es halt eh nicht so großartig vorwärts. Das ist halt am Anfang, am Anfang bekommt man die meisten Sachen und dann hat man irgendwann auch relativ alles. Und bis man dann mal was Neues bekommt, dauert das dann halt wieder. Und ich glaube, das ist auch so interessanter, als wenn ich hier jeden Tag dann zwei Videos bringe mit Raids oder ein Raid und ein PvP. Könnte man auch machen, aber ich glaube, für den Moment sollte das erstmal... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Da waren sie auch schon wieder überhitzt. Na komm schon. Nur mal Zerstörer, Anfänger, okay. Ja, es geht doch schneller wieder runter, wenn man... Oder es dauert kürzer, wenn man die Waffen nicht überhitzen lässt. Was für eine Überraschung. Da war auch noch so ein Raketenwerfer. Gut. Auch erledigt. Und ja, ich hatte jetzt, glaube ich, einmal... ...wirklich ein Raid. Da bin ich, glaube ich, auf die Hälfte oder auf 110 Strukturpunkte runtergegangen. Aber sonst bekomme ich hier aber meist sehr wenig Schaden. Es kommt halt auch immer darauf an, was die anderen dann für ein Fahrzeug haben. Für Fahrzeuge. Wenn die natürlich total stark gepanzert sind und vorne rumgurken und den ganzen Schaden auf sich zuziehen, dann ist das auch kein Wunder, dass ich keine, ja, Strukturpunkte verliere. Ich hatte halt diese eine Mission, wo dann irgendwie alle zwei Leute Kanonen hatten. Oh, du bist umgekippt. Dann... ...helfe ich dir mal eben. Ja, ja, ja. Scheiße. So. Da muss ich mich halt auch noch dran gewöhnen, diese Dinger da vorne zum Aufspießen. Da kann man halt auch Fahrzeuge mit umwerfen. Und das ist halt schlecht, wenn das dann die eigenen sind. Ich muss auch noch mal genauer darauf achten, wie das denn mit dem Schaden aussieht. Also auf die Distanz. Wie stark der dann abnimmt. Oder ab welcher Distanz. Na gut, es sich nicht mehr lohnt drauf, aufs Gegner rum zu ballern. Eigentlich lohnt sich das immer, weil die haben halt so einen hohen oder so niedrigen Cooldown. Wenn man es hinbekommt, dass die nicht überhitzen, dann ist das alles kein Problem. So. Erledigt. Gut, und wenn dann mal halt noch so einer ist. Also wenn da der letzte ist und man hält dann voll drauf, bis sie dann überhitzen, dann ist das halt auch kein Problem. Weil bis die nächsten Gegner auftauchen, dauert das dann sowieso wieder... Dann kann man das ja auch so noch ein bisschen nutzen. Hm, ich hätte da auch, glaube ich, zurückfahren können. Ja, jetzt bekomme ich doch schon mal ein bisschen Schaden. Sollte echt darauf schauen, dass ich wirklich... Oh, oder ich kann es einfach haben. Die Waffen runterschieße. Das meine ich. Den einen hat es schon zerrissen. Hat es den schon zweimal zerrissen oder hat der keinen Bock? Gut, aber ich denke, selbst mit drei Leuten sollte das jetzt nicht so das Problem sein. Wenn der andere da gleich noch ein bisschen aufrückt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber das müssten wir eigentlich ja gut. Wir sind wieder zu dritt. Gut, und selbst wenn ich einmal kaputt gehe, sollte das halt auch kein Problem darstellen. Weil dann kann ich einmal kostenlos respawnen. Und diese respawn-Dinger, diese Marken oder was das sind, hatte man ja am Anfang 10. Ich habe da direkt irgendwie für den ersten Raid, den ich da gemacht habe, dann irgendwie... Oder ich habe zwei davon schon benutzt für irgendein Popelkram, wo man die nicht hätte benutzen sollen. Ich hebe mir die jetzt auf. Ich war auch schon zweimal erledigt, bin da nicht wieder respawned, weil direkt bei so leichten Missionen... Ich weiß nicht, kann man sich diese Marken... Die kann man sich, glaube ich, auch selbst herstellen, oder? Aber generell würde ich... Ja, das ist eigentlich nicht so eine tolle Idee, das zu machen. Oder die zu benutzen. Vielleicht für normale Raids oder dann für schwere da vielleicht... Wunderbar, dann haben wir das auch geschafft. Kein Problem. Geht schon Richtung Level 12. Und irgendwie... Ich habe ein bisschen drauf geachtet, sonst habe ich das gar nicht verfolgt. Aber sonst... Ich werde irgendwie immer Erster. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, aber das sind halt leichte Raids, von daher... Das heißt sowieso noch gar nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir machen ja nächstes Mal weiter. Und... Oh, Nomad-Zerstörer-Anfänger-Belohnung-Banner-Logo. So, ja gut, verwenden wir das. Warum nicht? Ich werde jetzt schauen, dass ich mal gucke vielleicht... Ich kann es nicht hundertprozentig versprechen, aber ich gucke mal so, dass ich jeden Tag dann das Video gegen 17 Uhr hochlade. Mal schauen. Oder halt ein bisschen früher. Auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr vormittags. Aber generell so 17 Uhr ist, glaube ich, eine ganz gute Uhrzeit. Na gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.